Das ist natürlich ein Feedback, was ich gerne annehme, worüber ich mich sehr freue und stolz bin. Und wenn ich so weiterhelfen kann, einfach nur, wenn ich auf dem Platz stehe, das wäre überragend. Aber ich muss ja noch arbeiten und muss vorangehen und das probiere ich. Aber ich bin natürlich dankbar, dass die Mitspieler mich so aufnehmen und das auch sehen. Erstmal ist Nico auch so ein Berliner, ein Chamäleon, der kann sich auch anpassen. Und das ist auch ein Typ, der ganz genau weiß, mit wem er wie reden muss. Und das macht er überragend. Er ist sehr direkt, was auch sehr wichtig ist, damit jeder direkt weiß, an welcher Stelle er ist. Und das macht er auch mit harter Arbeit, aber er ist auch ein Typ, der dich auch mal in den Arm nimmt. Also das macht er schon gut und das hat die Mannschaft gebraucht. Es sind viele Spieler, die mal in den Arm genommen werden müssen und andere, die ein bisschen härter angegangen sind. Und er hat dieses Gleichgewicht. Und ich probiere einfach so, der verlängerte Arm zu sein. Dass ich einfach probiere, dass, falls es mal irgendwelche Umstimmigkeiten gibt, dass ich dazwischengrätsche und dann halt die Wogen glätte. Ja, wir freuen uns auf jedes Heimspiel. Also jeder, der hier mal im Stadion ist, der sieht, was das für eine Kulisse ist. Die Fans sind überrangt. Und auch wenn wir mal vielleicht nicht den schönsten Fußball spielen, sind die trotzdem begeistert, dass wir kämpfen, fighten. Das ist ja immer das Erste, was du im Fußball machen musst. Und ich hoffe, dass wir einfach Samstag ein gutes Spiel haben und unseren Fans ein positives Ergebnis schenken können. Ja, auf meine eigene Person ist es eigentlich nicht mehr vorgekommen. Aber das ist mir auch völlig egal, ob es mir passiert oder anderen. Also generell, es ist noch da. Und wir können nicht die Augen zumachen und so machen, als ob es nicht mehr da ist. Wir haben es gesehen, es ist mein guter Freund, guter Kumpel passiert in Spanien, Sulemon Tari. Äh, in Italien, Entschuldigung. Sulemon Tari. Und das ist nicht lange her und da wäre es sehr, sehr extrem. Also wir müssen echt irgendwas dagegen tun. Und das ist nicht lange her und da wäre es sehr, 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 sehr. Aber das ist nicht lange her und da wäre es sehr, 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 sehr.